Erste Woche rausgehen ist Fifi und geht seit diesem Jahr das erste Mal in den Kindergarten. Und die letzten zwei Wochen hatte er auch das erste Mal in seinem Leben Schulferien. Und heute geht es wieder an den Ernst des Lebens. Fertig, Ferien. Der Kindergarten geht wieder weiter. Und ich habe den Menschen erster Woche gestern Abend noch getroffen, exklusiv, und habe ihn gefragt, ob er sich dann wieder auf den Kind gefreut. Nein, ein bisschen. Aber nicht gerade super, super, mega super gut. Warum nicht? Nein, ich bin immer schon streng. Was ist denn so streng in der Skolette? Ja, du musst basteln. Und dann musst du im Kleid sitzen. Die ganze Zeit nur so. Ist doch langweilig. Und habt ihr denn nichts Lustiges in der Skolette? Nicht viel. Nur ein bisschen. Blablabla. Lustig geht, aber es ist viel sonst. Jetzt hast du ja zum ersten Mal Ferien gehabt, als du in die Skolette gehst. Hast du Freude gehabt in den Ferien? Oh, ja, das war ja viel schöner gewesen. Dann hätte ich mir plaudern, auf Wende hören und alles was man will. Und jetzt in der Skolette musst du wieder aufpassen, ruhig sitzen und folgen. Ja, das ist eben das Problem. Ja, das wird auch mehr... Das war ja viel schöner. Das war ja viel...